Stretch Limo, Pink Carpet und jede Menge Rosen. Perfekt in Szene setzen, das ist ihre Welt. Die Cambio Beauty Academy hat sich selbst einen neuen Look verpasst. Neues Studio, neue Adresse und jede Menge Ästhetik. Uns war ganz, ganz wichtig, dass wirklich unsere Schülerinnen, unsere Kursteilnehmerinnen, die, was bei uns die Visagistenausbildung eben machen, wirklich das perfekte Arbeitsklima haben. Und wir haben jetzt drei Jahre Erfahrung gesammelt in unserem alten Studio. Und diese ganzen Erfahrungen haben wir wirklich in diesem Studio zusammengepackt und vereinfacht, sodass das Arbeiten richtig Spaß macht. Mehr Platz, ein größeres Team. Dabei heißt das letzte der zehn Cambio-Gebote, weniger ist mehr. Bedeutet bei den Beauty-Damen aber Konzentration aufs perfekte Make-up für den besonderen Anlass. Wir haben sehr viele neue Mitarbeiterinnen, da war kein Platz mit in einem anderen Studio. Und außerdem haben wir uns ja auch auf die Privatpersonen jetzt auch konzentriert. Das heißt, wir haben einen ganz eigenen Bereich für unsere Bräute, für unsere Privatschminkkundinnen. Und das ist, glaube ich, da wir arbeiten einfach für uns und auch für die Kundinnen um einiges angenehmer und luxuriöser geworden. Das perfekte Make-up und Hairstyling für Hochzeit, Ball, Fotoshooting oder die eigene Visagistenkarriere. Im neuen Ambiente soll alles einfach viel leichter fallen und Spaß machen. Büffeln war gestern. Angehende Make-up- und Styling-Expertinnen lernen in diesem Studio in einer Aura von Glanz und Glamour. Die Ausbildung zur Visagistin, zur Diplom-Visagistin und auch zum Make-up-Artist bieten wir seit drei Jahren an. Dann haben wir circa über 200 Visagistinnen und Make-up-Artists schon ausgebildet und es folgen noch ganz viel mehr. In nur sechs Monaten neben dem Job zur Visagistin oder zum Make-up-Artist und schon während der Ausbildung dürfen Missen und Mister geschminkt werden. Es ist immer Spaß. Der Lifestyle passt einfach alles zusammen. Wir harmonieren schon viele Jahre gut miteinander und ich glaube, wir ergänzen uns ganz gut. Sie sind immer am neuesten Stand. Die Visagistinnen werden toll ausgebildet, sind immer auf der Suche nach den neuesten Trends, setzen das auch immer perfekt um und ich glaube, das macht es auch aus. Die neuesten Make-up-Trends, die erinnern an ziemlich verrückte Modejahre. Derzeit ist sehr, sehr viel Trend. Also die Beauty-Branche ist momentan sehr im Aufschwung. Es sind die Make-up-Trends und Looks kummern und gängern. Also das war, glaube ich, noch nie so schnelllebig wie momentan. Jetzt ganz brandaktuell ist wieder Back to the 80s. Das heißt wirklich schrille Farben, Mut zu den Farben, schrille Lippen, so wie es bei mir halt auch ist, wirklich kräftige Lippenstiftfarben und so weiter. Auch bei den Augen kann Farbe verwendet werden. Das perfekte Make-up hebt übrigens Vorzüge heraus und kaschiert die Nachteile. Wie das geht? Die Mädels von der Cambio Beauty Academy wissen's. Das neue Studio findet man übrigens in der Linzer Schillerstraße.